So, damit herzlich willkommen zu einem, ja, neuen Projekt und quasi City Sky 1. Okay, wir wissen wie man Straßen baut, das sollte nicht also schwer sein. So, dann nehmen wir hier die 90 Grad, setzen das noch ein bisschen weiter nach da hin und pflanzen schon mal die Chemie dahin. So, wir bräuchten dann auch, okay, das wäre dann hier, dann da. Wir brauchen nämlich Wasser. Ja, das habe ich gleich. Weil wir brauchen nämlich sehr, sehr viel Wasser. So. So, dann haben wir das geklärt. So, dann haben wir noch die Stromfrage. So. Und jetzt haben wir eigentlich die Grundbasis eigentlich schon erledigt. So, wir haben da die Chemie. So, dann haben wir noch gut ein bisschen was auf der Kralle. Da können wir auch direkt mal hier weiter ausbauen. So, die Einbahnstraße, die klatschen wir dann so rein. So, dann haben wir hier. Das ist dann einfach, dass, ähm, ja, die Leute dann halt hier so... Beziehungsweise erhoffe ich mir, dass dadurch das Verkehrsproblem nicht zugegeben wird. Beziehungsweise, dass wir dann kein Verkehrsproblem haben, werden, tun, sollen, müssen. Und der Grund, warum ich das jetzt so anordne, ist einfach der, dass, ähm, zu viele Kreuzungen auch das Verkehrssystem überlasten. Also, das heißt, dann haben wir hier halt diese Einbahnstraßen. Dann hier halt unsere Gegend. Machen wir das so. Ja, komm, machen wir das so. Und haben wir den... Ja, wir haben das. Weil Menschen machen ja auch, leider Gottes, Müll. Okay, das haben wir noch gar nicht zur Verfügung. Das ist doof. Ähm. So. Bitte. Es wäre ange... Nein, stimmt nicht. Wollte ich jetzt gerade ernsthaft sagen, es ist angerichtet. Wow. So. Jetzt haben die Leutchen auch noch Strom. Aber ich frage mich, warum die Chemie noch nicht baut. So, dann machen wir noch einen Gesundheitsring. Beziehungsweise Streifen. Ähm. Also, Wasser hat das. Okay, das ist schon mal gut. So. Ähm. Können wir das... Ja, können wir. Ähm. Dann nennen wir das einfach das ganze Gewerbsstraße. Scharfes. Wer braucht schon Scharfes? Ganz ehrlich. Ähm. Wer braucht schon Scharfes? Ja, schön. So. Dann haben wir hier... Hm. Wie heißt das Ding? Gutshofstraße. Nehmen wir das Ding. Baum. Baumdorfstraße. So. Ähm. So. So. Dann haben wir hier den Einwegausgang. Ähm. Ja gut. Der noch gar nicht verbunden ist mit dem Rest. So. Äh, 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 äh. Das Gefälle ist zu steil. For real. Egal. Ähm. So. Juckt nicht. Ach guck mal, die Chemie baut. Und wir haben unsere... Oh. 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 Ich zühlt bin hier richtig am Nachzühlen, ey. Noop, noop. Ähm. Nein. Verdammt. Soll ja alles akkurat sein? Batsch. Okay, dann müssen wir die Linie da auch noch rauslöschen. Mäh. Was knallt. Ja, können wir einfach nur das reinklatschen. Schudeli. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten. Und warten. Und warten. Ähm. Aber wir können auch... Das Ganze noch etwas ausbauen. Heißt. Wir haben dann... mehr Chemie. So, das ist alles drinne. Im Strombereich ist das auch... For real. Ähm. So, dann haben wir das... Mh. Okay, hier ist auch alles vom Stromtechnischen her. Okay. Da wollte ich eigentlich was anderes hinbauen, aber kann man ja nicht, weil wir das aktuell nicht zur Verfügung haben. Leider. Ähm. Dann müssten wir jetzt auch demnächst aus den roten Zahlen rauskommen. Eigentlich. Ähm. Kann mal einer hier wieder das Licht anmachen? Es ist ziemlich dunkel. Liegt auch daran, dass es Nacht ist. Nee. So. Da pumpen wir schon unseres... Ja. Ich würde mal fast sagen... verseuchtes Stadtwasser. Was wir schon hier verbraucht haben. Guck mal hier. Hier Container und so. Das ist schon nice. Ach, das hat... Die haben erst gerade eröffnet. Schön. Ähm. Okay. Wir kommen aus den roten Zahlen heraus. Können aber aktuell auch noch keine Darlehen annehmen. Beziehungsweise auf... Doch, aufnehmen. Ähm. Ein bisschen Wohnfläche. Geringe Nachfrage nach Wohngebieten. Wohngebiete haben wir doch hier eigentlich en masse. Wir haben hier einmal Industrie, die uns das Geld mehr oder weniger in die Taschen spült. Auf Kosten der Umwelt. Beziehungsweise wir hätten eigentlich auch... Nein, hätten wir nicht, weil wir die Stadtviertel nicht haben. Weil die brauchen wir bei... Dafür brauchen wir eine Bevölkerung von 750. Aber die haben wir aktuell noch nicht. Also müssen wir auf die schmutzige Industrie zurückgreifen. Und tatsächlich, wir sind in den grünen Zahlen. Ähm. Ja gut. Das heißt... Wir dürfen einmal kurz warten. Und hier hat man... Bestimmt... Ähm... Hauer Meteor Mata gedreht. Mäh. Oder hier. Strandhaus. Aber dafür ist halt der Strand und so. Nein, nicht was. Nicht Hauer Meteor Mata, sondern ein Dings am... Meinst du, ich komme gerade auf den Namen? Two men and a half men? Na, two and a half men suchen. Mein Brain, ey. Ähm. Wie nennen wir uns eigentlich... Wie nennen wir unsere Stadt eigentlich... Kann man das nicht einbüben? Egal. Oh, wir haben unseren... Dem... Ein Moment. So. Wir haben demnächst unseren ersten Meilenstein erreicht. Das heißt, bei 360... Noch elf Stück. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hier hast du doch genug Platz. Gib uns den Meilenstein. Gib ihn uns. Gib ihn uns. Jetzt. So. Das sind die Büros. Ja. Das ist doof, dass man die Stadtviertel nicht von Anfang an hat. Weil dann könnte man nämlich auch die Stadtviertel nämlich so eingreisen, dass du die Industrie zwingen kannst, dass sie nur Agrar benutzt. Und da ist unser Meilenstein. Und da ist unser Meilenstein. Wir können endlich die Steuern senken, erhöhen. Und wir haben aber auch neue Dienstleistungen, die wir den Bewohnern geben müssen. Können. Können. Passt wohl eher. Kleiner Weiler. So. Ähm. Ähm. Dafür. Peppen wir erstmal die... 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 Ähm. Die Gesundheitsstruktur. Den Müll und so. Haben wir ja. Okay. Okay, aber... What? Ja, okay. Das ist eigentlich nicht so gut platziert, weil... Genau in dem Radius breitet sich... Wie soll man das sagen jetzt? Die Verschmutzung breitet sich so weit aus, wie der Kreis halt da rum ist. Und das ist halt nicht so gut. So. Jetzt die Bildung. Okay, da haben wir keinen Cash mehr. Wie fährt denn das gekostet? 10.000. Ai, ai, ai. Oh, wir sind schon wieder in den roten Zahlen. Werden sie größer? Ja, sie werden größer. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Heißt, wir müssen die Steuern hochdrehen. Tut mir leid. Da... Da Wasser eigentlich... Ja. So, die Bildung. Dafür investieren wir ziemlich viel. So, das heißt, wir müssen demnächst dann aus den roten Zahlen wahrscheinlich wieder raussteigen. Na ja, jetzt werden es langsam weniger. Ja, dauert nur ein bisschen. Das Spiel soll schneller gehen. Schneller? Schneller gehen. Ähm... Ja, gut. Da... Am Finanzsystem, dann lassen wir das erstmal so. Ähm... Oh, da haben wir ein kleines Wasserproblem. Aber ganz ehrlich, wer will neben der Müllhalde wohnen? Kann doch nicht euer Ernst sein. Ähm... So, damit haben die dann auch noch Wasser. Oh, wir sind im Plus. Wir sind im Plus. Ähm... So, dann können wir das auch noch weiterhin... Sagen wir mal... Sagen wir mal... Meine ich nur, oder ist der Fluss... ...etwas schneller und höher geworden? Könnte man fast meinen. Hm. Hm. Ähm, was? Schon wieder ein Stromausfall? Wenn es keinen Strom gibt, kann ich nicht mal die Stromwerke... Bl-bl-bl-bl. Also, das heißt, wir haben Stromproblem. Okay, dann dürften wir mal kurz vor... Okay, wir haben Stromprobleme. Würdiges Dorf. Okay, wir haben wieder eine Finanzspitze erhalten. Könnten rein theoretisch auch schon unsere Stadt erweitern. Brauchten wir nicht. Okay, aber jetzt haben wir die Richtlinien... ...Darlehen... ...und die Stadtviertel endlich. Und Landwirtschaft. Okay. Wir können jetzt rangehen. Erstmal das Stromproblem lösen. So, dann hier die Straße runterführen. Indem wir dann auch noch sagen, dann... ...dass wir dann hier... ...Agrarindustrie reinpflanzen. ...Pflanzen. So. Inwiefern sich dann das uns auf unsere kleine Stadt auswirken wird... ...werden wir dann wahrscheinlich recht schnell merken. Weil ich denke nicht, dass da jemand so gerne... ...neben einer Industrie wohnen... ...wollen würde. Ähm... ...weil... ...da sieht man schon die kleine bisschen Verpestung. Ja, kann man es schon sagen, ne? Ähm... ...Vogelsang-Park... ...Vogelsang-Park... ...ah lol... ...das ganze Ding... ...nennen wir dann... ...ähm... ...kann man das noch umbenennen? Nein. Doch, oder? Kann man doch eigentlich umbenennen. Ja, doch. Kann man umbenennen. Ähm... ...Industrie. Industrie. Industrie der Grünen. So. Haben wir ein ordentliches Plus-Paket. So, wir haben hier... Ne, Monumente können wir nicht bauen. Hypermarkt. Riesenrad. Bauen Sie zwei Instanzen von Flughafen. Also... ...London Eye. Doch. Also ein Riesen. Gut gemacht. Bis nach meiner Meinung nach... ...sehen... ...gelbe Mais fällt ja viel besser aus... ...als schmutzige Fabriken. Richtig. Chaos. Farming. And more money. So, wir haben jetzt... ...ein Einkommen von 1000. Dienstleistung. Ähm... ...Verteidigung von Rauchmeldern. Das ist schon mal wichtig. Da wir... ...jetzt... ...ähm... Feuerwehr in unsere... ...kleiner, aber feiner Stadt. Natürlich brauchen wir dann auch noch... ...etwas gegen die Kriminalitätssicherheit. Aber wir haben aktuell... ...keine finanziellen Möglichkeiten, uns eine Polizei... ...beziehungsweise eine Staatsgewalt zu gründen... ...die wir brauchen werden. Ja, und... ...damit würde ich sagen... ...wir sehen uns in der nächsten Folge von City Skylines... ...und... ...danke fürs Zusehen. ...und... 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 Vielen Dank.